so komme ich nur durch den gang durch oder was wo sind meine grünen laser statics schritt vorwarte schritt rechts warte einen moment okay vielleicht muss ich da wirklich einmal durchkommen ohne dass was passiert schritt vorwarte rechts vorwärts vorwärts rechts warte vorwärts links links warte links vorwärts rechts warte vorwärts warte vorwärts warte okay vorwärts warte rechts warte kurz vorwärts rechts nein das war nicht ganz richtig ich versuche es jetzt noch einmal so geht es ja vorwärts warte rechts vorwärts vorwärts nein da war ich ganz was nicht ganz richtig ok schritt vorwärts warte schritt rechts vorwärts vorwärts rechts warte vorwärts links links ok links vorwärts rechts vorwärts 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 ok warten schritt vorwarte so achso wait a little dann one 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 also haben wir noch nicht das hier geöffnet ok ok außer vielleicht ich finde das unterwegs einmal eine sagen wir versuchen vorwärts warten ist ok rechts vorwärts vorwärts rechts bringt mich hier hin hier ist nämlich nichts ok so eigentlich alles was ich nochmal wissen wollte ob hier nicht doch ein knopf versteckt ist die ich zu blöd bin zu sehen gut das heißt zurück in die hallway hier muss ich darum das wollte ich nicht nein ok übers mailmenü autosave laden zumblick habe ich den autosave gemacht ich will mich dann nämlich zuerst an dem grubenlabyrinth probieren einfach mal runterfallen hier ihr seid kein grubenlabyrinth das wollte ich eigentlich nicht egal ich weiß nicht mal ob das schaden macht bei dir ok das macht definitiv irgendwie mehr schaden bei dir und verbraucht glaube ich auch weniger mana und das ich bin ります zu und was das jetzt fürs erste sie hat auch schon wieder hunger wahrscheinlich weil ich hier noch was billiges zu essen gegeben habe nämlich so ein leech steak so auf jeder fall wieder aktiv das war mir genau okay ach gott das hier ist sowas und das sind auch noch solche wobei ihr seht harmlos aus ihr macht doch fast keinen schaden ich weiß nicht verschreien genau nämlich deswegen ihr könnt aber auf jeden fall gut was einstecken okay da war ein knopf der was aufgemacht aber du kannst dadurch spucken triffst auch gleich mal in da okay sie ist krank und vergiftet er ist auch krank und vergiftet also jetzt bin ich auch hier was ich nicht das war da drüben was ich aufmachen konnte oder fucking bridge walk ich so schön die beiden sterben mir da übrigens weg wenn ich nicht ihre poison cure trigger vapors habe ich das nicht auch hier ne deadly vapors so wahrscheinlich ist es einfacher wenn ich mich mal kurz zurückbaute das hat das aufgemacht das habe ich gesehen ja so dankeschön fürs porten nicht darunter fallen muss nicht so 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 ok hm hm der portet mich hoch das ist klar der portet mich hier rüber wo ich den knopf gedrückt habe der portet mich auf wieder hoch ok und federfaller ist deaktiviert ist und wieder runter ok der bringt mich nur wieder hier hin das heißt ich muss wirklich oben rum wahrscheinlich erst mal ich habe unter mir stone of stone gehört ok und dann gehen meine pfeile zum teufel ach so das bringt mich wieder hier hin ok gucken wir doch mal wo was hier aufgegangen ist das hier würde ich mal sagen etwas zu essen oben im osten also wahrscheinlich wirklich irgendwo oben vor